Adventskalender wird nachgeholt. So, Bubi. Was kommt nach der 12? Die 10. Leider nein. Die 11. Nein. Nach der 12. Zeig mir. Das bin ich, Bubi. Ja, aber ich will die Zahlen zählen. Eins. Zählen. Einmal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weiter. Sechs. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Weiter. Elf. Elf, zwei, drei, vier. Elf, zwölf. Und dann? 13. Richtig. Los, 13. Hier. Hier. Nein, nein, nein. Da. Und aufmachen. Da. Da. Ja, und das. Und auf. Open it up. Zweisprachig. Bubi. Melike Likimaka. You say Merry Christmas. Das ist mein absolutes Weihnachts-Friedlingslied. Melike Likimaka. Somit auch vorbei. Weihnachten gefeiert. Gell, Bubi? Dieses Lied. Ihr kennt es vielleicht aus dem Film Christmas Vacation. Yeah, we know that Christmas will be green and bright. The sun to shine. My day and the sun to shine. The sun to shine. Oh. Merry Kilikimaka. Ah. Jedes Mal weiter. Sag Schrader. You say Merry Christmas to you. Oh, Weihnachten, Bubi. Er ist wieder der grüne Kobold. Oh, Bubi. Ja. Bubi, hast du deinen ganzen Arm da reingesteckt? Ja. Mensch. Hol wieder raus. Geht wieder. Gut. Oh, Junge. So, Bubi und ich haben den Gewinner, die Gewinnerin vom Kissen gezogen. Bubi, wer hat gewonnen? Sissi hat gewonnen. Viel Spaß mit dem Kissen. Aber wir spielen auch noch ein bisschen mit dem Kissen hier. Oh, ja. Zwischendurch das Auto starten ist wichtig. Was, Bubi? Ja, zwischendurch das Auto starten, dass er läuft. Geht gut an. Springt sofort an. Alter. Geil. Das ist wirklich eine Sternstunde. Das war eine Sternstunde in der Geschichte der Wissenschaft. Der 5. November 1955. Ja, ey, jetzt siehst du natürlich, ich bin mit dem Auto jetzt rumgereist. Ah, das Salz, das hat ihm nicht gut getan. Aber ich muss das sauber machen. Es hilft nichts, ne? Der das an. Schönes Auto. Wunderschön. Wunderschön. Beautiful. Beauty, beauty. It's a fucking beauty. Wir haben das Material gesichtet und bald kommt das Comic-Con-Video. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Es ist so legendär. Die Harry Potter-Leute und wen wir alles getroffen haben. AJ von den Backstreet Boys. Ja? Ich kann fliegen, dass mein Düsen trieb. Ja? Mach mal die Tür auf von der Zeitmaschine. Ja. Für den Sound, für die Story. Ja? Ja? Sehr schön. Hoverboard und los. Da willst du einmal mit deinem Sohn auch einen Schlumpf essen? Sagt er, Papa, ess mal einen Schlumpf. Lass es. Ehrlich. Ich lächle nur noch so jetzt. Brücke runtergekommen. Verdammte Brücke runtergekommen.